Und ich komme dann hier zu dir und sage, ach, wissen Sie, ich möchte für meine Freundin ein Geschenk kaufen. Was können Sie mir denn empfehlen? Und dann kannst du dir was ausdenken, genau. Haben Sie irgendwie spezielle Bonbons, so irgendwie so Zauberbonbons oder sowas? Es gibt nur drei braune. Jetzt kriegt jede Sorte... Die sind sehr besonders. Oh, die sind sehr besonders, dann kosten die 5 Euro, das sind dann die teuersten. Und die, was gibt's noch? Wir könnten zum Beispiel... Die da gibt's noch zwei wenigsten. Wir machen mal so, dass die blauen alle gleich viel kosten. Die blauen alles? Ja genau, weißt du, weil ich hab gar nicht so viel Preisschäler. Wir haben nur diese... Die drei noch. Die dann tun wir die blauen alles zusammen. Die drei hast du in der Hand, oder? Okay, gut. Das kostet dann... Das ist ein 3 Euro. Ein Stück kostet 3 Euro, okay. Immer tun wir das mal so. Das ist mal die... 1 Euro. Mhm. Ja, 1, 4 Euro. Okay. Oh nein. Die kosten 4. Die sind kosten, okay. Sollen die auch zwei vielleicht? Danke. Die grünen und die... Okay, machen wir es so, hm. Die grünen und die gelben zwei. Ja, das ist da jetzt. Schauen wir. Okay. Also. Guten Tag, Frau... Oh, wie heißen Sie eigentlich? Frau Noelle. Frau Noelle. Oh, was für ein schöner Name. Mhm. Frau Noelle. Also, Freundes. Ähm, die Freundin von mir hat Geburtstag und ich möchte ihr was ganz Spezielles schenken. Haben Sie da irgendwie was? Ja. Hahaha. Was, ähm... Was können Sie mir denn empfehlen? Oh, und was ist das? Das sind... Oh, ich wollte eigentlich nur eins erstmal kaufen. Ja, eins. Äh, können Sie mir erstmal erklären, damit ich mich entscheiden kann? Also, das ist, da... Da wachsen die Haare ganz schnell und mit der... Oh, das findet ihr nicht so gut. Und mit der können Sie entscheiden, ob die Sonne noch heute scheint oder der Regen. Oh, aha. Das finde ich auch gut. Aha. Und mit dem können Sie entscheiden, wann Sie aufs Klo müssen. Hahaha. Und bei dem können Sie alles machen. Wie alles zum Beispiel? Alles. Alles. Alles machen? Wie, also zum Beispiel... Alles entscheiden. Entscheiden zum Beispiel, ob ich fliegen kann oder sowas auch? Ja. Ehrlich? Ja. Oh, und wie lange kann ich dann fliegen? Und da wächst die Wiese ganz schnell. Aha. Da werden die Haare und wachsen ganz schnell. Die Haare? Ja, ja. Oder die Wimper? Ja, da die Wimpern. Okay. Und da, ähm, bleiben die Haare ganz schön. Oh, das ist auch nicht schwer. Da brauchen wir nicht zum Friseur gehen und muss sich die Haare auch nicht waschen und nicht kämen und gar nicht. Ah, okay, oh man, jetzt, warte mal, jetzt war, das war, ähm, Haare und das war Sonne, gell? Genau. Und hier waren Sie aufs Klo müssen. Okay. Und hier können Sie alles entscheiden. Hier waren die Wieselinger, also hier und hier... Mit der Frisur war doch da was. Ja, und das ist mit der Frisur. Ich glaube, ich nehme das mit der Frisur. Okay. Das macht vier Euro. Vier Euro. Gut. Ah, danke. Sehr gut. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay. Jetzt ist wieder ein neuer Tag, ne? Jetzt, ähm, jetzt, ähm, komm ich, ja, mein Geschenk für meinen Vater brauche. Nur mein Vater ist immer so flüchtig, traurig und so bedrückt. Ich glaube, ich brauche so einen Sonnenbombol für meinen Vater. Kante zwei Euro. Kante zwei Euro. Gut. Gut, gut gerechnet, super. Auf Wiedersehen. Tschüss. Willst du jetzt mal einkaufen?